Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer German Candy Taster, heute mal mit einem etwas anderen Video. Und zwar bin ich gerade im Auto, auf dem Weg nach Hause, hab's jetzt mitbekommen, hier mit dem Vera Fake, diese ganze Geschichte vom Bömi Bömi. Und da wollte ich mal ganz kurz meinen Senf zu abgeben, denn ich war auch Kandidat bei Schwiegertochter gesucht. Ihr habt mich vielleicht schon erkannt. So, da möchte ich jetzt mal sagen, dass das alles ganz toll ist vom Bömi. Wie der das da entdeckt hat, wie der da die Missstände aufgezeigt hat. Ganz toller, investigativer Journalismus. Da muss ich einfach mal sagen, Leute, an dieser Stelle, ich möchte dieses Thema jetzt nicht nutzen, um eigene Werbung zu machen, aber guckt doch mal in der Videobeschreibung, da habe ich nämlich eine Amazon-Wishliste, da könnt ihr mir was kaufen. Das wäre ganz, ganz toll, wenn, das sind nämlich alle Sachen, die ich testen werde auf meinem Channel. Deshalb möchte ich ganz ehrlich sagen, also von Bömi, von Bömi Seite aus finde ich das echt eine ganz tolle Geschichte, was er da gemacht hat mit dieser sogenannten Vera Int. Die hat ganz wunderbar, schön, voll saftige Busen, muss man mal gesagt haben. So, Leute, da möchte ich jetzt mal an dieser Stelle mich bedanken beim Bömi auch, dass er das getan hat. Vielen Dank an den Bömi. Und ansonsten finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache, auch mit dieser Amazon-Wishliste, diese sogenannte, weil ich kann die ganzen Sachen gar nicht mehr leisten, die ich hier teste für euch. Also von daher bitte einfach mal nachgucken in der Videobeschreibung. Das ist der Wahnsinn. Das ist was ganz, ganz, ganz Tolles. Eine ganz tolle Sache. Und zum Bömi echt, da muss ich sagen, Hut ab. Also ganz, ganz toll, wie der das gemacht hat.